Hallo bei BikeReifen24. Heute schauen wir uns den Metzeler Sporttec M9RR auf der CBR600RR an. Wir haben ihn hier auf der PC37 in den Größen 180, 55, 17 und 120, 70, 17 montiert. Wie sich der Metzeler Sporttec M9RR auf der Supersport schlägt, erfahrt ihr im Test. Wie versprochen jetzt fahren wir hier mit dem Metzeler Sporttec M9RR auf der CBR600RR PC37. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Reifen hat uns ab dem ersten Kilometer vollkommen überzeugt. Der Sporttec M9RR macht in jedem Feld eine gute Figur, ist dabei aber nicht überagil oder sticht in irgendeinem Punkt besonders heraus, sondern ist vor allem ein sehr solider Allrounder. Das bezieht sich auf die Laufleistung, den Grip, die Agilität, die Stabilität und auch viele weitere Punkte. Prinzipiell ist es mit dem Sporttec M9RR so, dass er ein ziemlich hohes Gripniveau im Trockenen und auch beim Nassen liefert. Das macht sich insofern bemerkbar, dass man halt auch bei kühleren Temperaturen schon relativ viel Grip hat. Wenn es dann zunehmend wärmer wird, wird es dann umso besser. Gerade wenn wir über das Thema Grip und Temperaturen sprechen, sollte man auch auf jeden Fall mal das Wärmeverhalten ansprechen. Was wir jetzt beim Sporttec M9RR eher nicht gut finden. So ist zum Beispiel so, dass der M9RR nur sehr schwer auf Temperatur kommt und diese auch nur sehr schwer hält. Vor allem auf leistungsschwächeren Maschinen, wie jetzt der CBR600RR, die nicht zwingend permanent die Leistung abrufen. Es ist halt oftmals so, dass er nur schwer auf Temperatur kommt und wenn dann wieder längere gerade Passagen dabei sind, auch diese nicht halten kann. In puncto Feedback und Agilität ist der Sporttec M9RR, würde ich sagen, ganz reguläres Mittelfeld. Er ist nicht hyperagil, er ist auch nicht extrem stabil. Er liegt hier genau in der Mitte und das ist an sich keine schlechte Sache. Schnelle Kurven, die überzeugt er dann eher mit einer größeren Stabilität. In ganz engen Kurven, mit H-Nadelkurven, finde ich jetzt persönlich, dass der Reifen deutlich zum Beispiel hinter für Rallye-Reifen liegt. Im Hinblick auf die Laufleistung ist der Metzeler Sporttec M9RR für einen Hypersportreifen extrem haltbar. Wir haben ihn hier auf der CBR600RR schon mehr als 4000 km montiert und er weist immer noch eine Profilstärke von über 4 mm auf. Das ist extrem verwunderlich für einen Hypersportreifen dieser Klasse und spricht eindeutig für den Reifen, auch im Einsatz im Bereich von Sporttouring. Also wer einen sehr sehr extrem sportlichen Reifen sucht und damit auch Touren fahren will, der ist mit dem M9R wirklich bestens bedient, muss man ehrlich sagen. Ansonsten, im Hinblick auf die Nasshaftung, muss man auch dem M9R wirklich gute Attribute zusprechen. Gerade wenn man auf feuchten Straßen fährt oder wenn es abgetrocknet, ist der M9R wirklich ein guter Begleiter. Da liefert er viel Feedback und auch Vertrauen, sodass man wirklich sehr sportlich weiterfahren kann, ohne große Angst haben zu müssen, wie das zum Beispiel bei anderen Hypersportreifen der Fall ist. Im Hinblick auf das Feedback am Vorderrad muss man ehrlich sagen, dass der M9R eher nicht zu den besten Reifen gehört. Da gibt es bessere Reifen, zum Beispiel in Rosso gefällt uns beim Feedback am Vorderrad deutlich besser. Trotzdem ist es aber nicht so, dass er gar kein Feedback liefert. Hier muss man halt sagen, okay, er macht alles dermaßen gut, dass er halt auch nirgends besonders positiv herausstechen kann. Nun, was hat uns am M9R besonders gut gefallen? Das ist zum einen wirklich die hohe Laufleistung, der gute Grip über alle Temperaturbereiche hinweg und auch das exzellente Nässeverhalten. Hier weniger gut gefällt uns das Wärmeverhalten des Reifen. Zumindest auf der CBR 600RF fühlt der Reifen immer sehr schnell ab. Ist auch nur schwer auf Temperatur zu halten, obwohl wir in einem Hinterrad schon mit 2,1 fahren und vorne 2,3 ist das Wärmeverhalten weit entfernt. Zum Beispiel von dem Conti Attack SM Evo, welcher halt extrem aufmerksfreudig ist und auch die Temperaturen sehr lange hält. Abschließend würde ich sagen, wir können den M9R für alle Tourenfahrer empfehlen, die einen extrem sportlichen Reifen suchen und damit dann auch gerne längere Strecken unterwegs sind. Im Umblick auf den Komfort ist der Reifen wirklich okay, er bietet viel Eigendämpfung und eine solide komfortable Mischung aus Sport, Feedback und Komfort. Ansonsten würden wir den Reifen auch noch für Naked-Bike und Superbike-Fahrer empfehlen, die aber allerdings dann halt das letzte Quäntchen Sportlichkeit nicht brauchen. Gerade wenn man Agilität, Feedback am Vorderrad sehr schätzt, dann ist der Sportec M9RR eher die zweite Wahl. Wir hoffen, euch hat der Metzeler Sportec M9RR-Test gefallen. Der Reifen ist natürlich in allen Größen bei uns im Shop verfügbar, geht hoch bis zum 200er Hinterrad, ist übrigens auch tauglich für Supermotors mit der Größe 160, somit auch wirklich auf extrem vielen Fahrzeugen gut anwendbar. Wir wünschen euch eine tolle Saison und viel Spaß beim Motorradfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017